ja ja hallo Leute, willkommen zu der Let's Play Happy Reads äh in der Zeitenvergültung dieses Mal und koffen mich kann ich nicht mehr machen ne kann man nicht äh jetzt mal die Use Level und ähm sortieren nach today und nach Rating der Kälte ist es langsam weg, hoffentlich es ist sagen wir mal so äh auch dort auf Level, okay äh schon mal den Ton da an nein fuck oh okay nochmal okay 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 oh 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 man oh i oh ah oh 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 Ja, toll, wir raten die alle so viel dafür. Herr Sinnel will, liebe ich. Ich kann es sonst nicht, das ist aber so. Scheiße. Entschuldigung. Ja. Oh, 16 Sekunden. Genau, 16 Sekunden. Pack. 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 This. Dammit. Whoa. Tiff. Das macht das. Keinster. Oh, dann, das ist wieder okay. Hop. Hey Leute, ich könnte jetzt nur ein Kackleber machen. Das wird nicht funktionieren. ja okay also die Verboten zehn Minuten lang das ist aus dass er das nur dort muss er es ist unglaublich Der Penner hat ein Herz bekommen. Oh ja. Okay, sagt ein Nougat schon zum Einsatz. Oh, oh, hab den Stuhl gleich versehen, Alter. Läuft. Oh my god. Oh my god. Hey, das kann ich nicht. Ich muss mal den anschauen, wenn man ihn. Ach komm. So, gehen wir mal an das Level hier. Okay, hammergeil. Dammit! Oh, ernst jetzt. Das ist... Ey, kriegt die... Die sind scheiße gemacht, die Level manchmal. Okay. Okay. Jetzt, Alter. Dann, Unlock. Dammit! 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 Loll! Loll! Ja. Nein! Oh, hab den Skill grad gesehen. Oh, hab den Skill grad gesehen. Okay. Oh. Oh. Wie lang gehen wir schon auf? Ja. Letzte Runde... Letzte... Ja. Das ist einfach seine letzte Challenge. Das ist Level. Das ist Level. Oh. 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 Geil. Komm mal wieder raus. Komm mal wieder raus. Komm mal wieder raus. Nein. 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 Okay, nochmal. Einmal noch und dann... Und diesmal schenke ich mir zum Weihnachtsmann. Santa. Wie tief. Okay, das war's dann. Wir sitzen ja nichts mehr für mehr. Happy Wheels! Und... Haut rein, Leute! Tschau!